Du hast vielleicht schon mal vom Quintenzirkel gehört. Er hat zwar nichts mit dem Zeichenwerkzeug, dem Zirkel zu tun, der Quintenzirkel ist aber ein wichtiges und sehr nützliches Werkzeug in der Musik. Wie er funktioniert, wofür er da ist und wie man ihn erstellt, zeige ich dir in diesem Video. Herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Thema Quintenzirkel. Der Quintenzirkel ist wie schon gesagt ein nützliches Werkzeug in der Musiktheorie. Du kannst unter anderem an ihm ablesen, wie viele Kreuz- oder B-Vorzeichen eine bestimmte Tonart hat. Dieses Wissen hat dann auch Auswirkungen darauf, wie du zum Beispiel eine Melodie in der jeweiligen Tonart notierst. Um den Quintenzirkel zu visualisieren, benutzt man am besten diesen Zirkel hier und zeichnet damit einen Kreis. Im nächsten Schritt zeichnet man auf den Kreis zwölf Markierungen ein. Nun sieht es aus wie das Ziffernblatt einer Uhr, jedoch ohne Zahlen. Anstelle von Zahlen setzen wir nun alle Dur-Tonarten unseres europäischen Tonsystems ein. An jede Markierung kommt eine andere Tonart. Ganz oben, quasi auf zwölf Uhr, steht im Quintenzirkel die grundlegendste Tonart C-Dur. Diese Tonart hat keine Vorzeichen, ist deswegen auch am einfachsten zu lesen und damit eine der bekanntesten und beliebtesten Tonarten. Wie macht man nun weiter? Der Name Quintenzirkel verrät es. Mit dem Uhrzeigersinn werden alle Tonarten auf diesem Kreis im Abstand einer reinen Quinte angeordnet und notiert. Klingt kompliziert, ist aber nicht schwer. Wir nehmen uns dafür einfach die Klaviatur zur Hilfe. Die kannst du auch immer zur Kontrolle benutzen. Wir fangen beim Ton C an und bilden eine reine Quinte nach oben, um die nächste Tonart im Quintenzirkel zu erreichen. Eine reine Quinte entspricht einem Abstand von sieben Halbtonschritten. Man zählt also von C aus sieben Halbtonschritte nach oben ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und landet beim G. Nun tragen wir in den Quintenzirkel rechts neben C-Dur die Tonart G-Dur ein. So gehen wir jetzt nach demselben Prinzip bis zur sechsten Tonart weiter vor. Es geht also mit einer reinen Quinte vom G aus weiter. Sieben Halbtöne höher kommt man beim D raus. Somit können wir die Tonart D-Dur neben G-Dur schreiben. Eine reine Quinte über D liegt ein A. Vom A aus springen wir eine reine Quinte höher zum E. Nach dem E kommt ein H und eine reine Quinte über dem H liegt ein Fis. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Ab jetzt bedient man sich bei den Bezeichnungen der sogenannten enharmonischen Verwechslung. Die schwarzen Tasten auf dem Klavier haben ja immer zwei Namen. Die Taste Fis kann man auch zu einem Guess umdeuten. Dabei ändert sich die Tonhöhe nicht. Es wird nur die Bezeichnung geändert. Nun wird das Bilden von Quinten einfach fortgesetzt. Kontrolliert das ruhig immer auch selbst und zählt die sieben Halbtonschritte ab. Vom Guess aus liegt eine Quinte höher ein Des. Nach dem Des folgt ein Ass. Von Ass aus springen wir zum S. Und von S zu B. Eine reine Quinte über B liegt ein F. Nun schließt sich der Kreis, denn von F aus liegt eine Quinte höher wieder das C. Jetzt fragen sich vielleicht die meisten, wofür braucht man denn jetzt den Quintenzirkel? Ganz einfach. Du kannst nämlich vor allem erkennen, welche Tonarten Kreuz- und welche B-Vorzeichen haben. Auf der rechten Seite des Quintenzirkels stehen die Tonarten mit Kreuzvorzeichen. Und auf der linken Seite stehen alle B-Tonarten. Man kann sogar ablesen, wie viele Vorzeichen die jeweiligen Tonarten haben. C-Dur hat keine Vorzeichen. Ab jetzt kommt mit jedem Schritt im Uhrzeigersinn ein Kreuz dazu. Ein Schritt weiter rechts liegt G-Dur. Das bedeutet also, dass die Tonart G-Dur ein Kreuzvorzeichen hat. Das notieren wir direkt daneben. D-Dur hat zwei Kreuze, A-Dur hat drei Kreuze, E-Dur hat vier Kreuze, H-Dur hat fünf und Fis-Dur hat sogar sechs Kreuze. Mit Hilfe des Quintenzirkels kann man also auf einen Blick erkennen, wie viele Vorzeichen welche Tonart hat, ohne extra die Tonleiter bilden zu müssen. Super praktisch! Am besten merkst du dir die Reihenfolge der Tonarten. So kannst du in Zukunft viel schneller Tonarten bestimmen und weißt direkt, wie du eine Melodie in der jeweiligen Tonart notieren kannst. Für die Kreuztonarten gibt es einen Merksatz. Geh du alter Esel, hol Fisch. Das gleiche auf der linken Seite. Hier stehen alle Tonarten mit B-Vorzeichen. Wir gehen nach dem gleichen Prinzip vor, nur in die andere Richtung. Mit jedem Schritt nach links kommt bei jeder der Tonarten ein B-Vorzeichen dazu. Demnach hat F-Dur ein B-Vorzeichen. B-Dur hat zwei B-Vorzeichen. S-Dur hat drei. As-Dur hat vier. Des-Dur hat fünf. Und Ges-Dur hat sechs B-Vorzeichen. Ges- bzw. Fis-Dur ist die einzige Tonart, in der beide Bezeichnungen funktionieren. Es müssen dann aber in einem Musikstück nur die jeweiligen Vorzeichen konsequent genutzt werden. Auch die B-Tonarten kannst du dir mit einem Spruch merken. Fleißige Bienen essen Astern deshalb geschützt. Es gibt auch andere Merksätze. Wir haben in der Infobox eine Website mit Alternativen verlinkt. Und jetzt nochmal zusammengefasst. Der Quintenzirkel ist ein wichtiges Werkzeug zur Bestimmung bzw. Erkennung von Kreuz- oder B-Tonarten. Die Tonarten sind im Abstand einer reinen Quinte angeordnet. Er zeigt uns auch an, wie viele Vorzeichen eine Tonart hat. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Kanal, gebt einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Ab jetzt könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. In unseren Videos steckt ja sehr viel Zeit und Mühe. Wenn euch unser Content also hilft, würden wir uns freuen, wenn ihr mal die Videobeschreibung checkt. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.